heute will ich mal mit euch darüber sprechen warum das innere strahlen so wichtig ist und wie man das kultivieren kann manche fragen samar blanche kann man das anknipsen und natürlich ist es so dass man wenn man lange gebühnenerfahrung hat dass man lernt bevor man auf die bühne geht einfach dieses gefühl anzumachen und es ist da und man wirkt man geht man ist präsent man strahlt das ist aber ein jahrelanges training was verursacht ein inneres strahlen naja es ist keine glühlampe es sind die augen die viel sagen die haltung wenn man gerade geht dann sieht man viel strahlender aus als wenn man zusammen gerückt sitzt wichtig um ein gutes gefühl zu erreichen von innen ist dass man eben genug zeit nimmt mal nach innen zu gehen und zu gucken was da eigentlich los ist die pak chopra ich bin ein großer fan von ihm der hat viele bücher geschrieben unter anderem auch die sieben geistige gesetze des erfolges und darin beschreibt er dass es wichtig ist zum beispiel eine stunde lang am tag still zu sein still nicht zu reden und auch nicht musik zu hören oder zu lesen sogar was passiert dann das ist auch ein tipp für kreative die ganze innere idee die fantasie die eigene fantasie wird angeregt ja es ist vielfach hobbys sind wichtig mach sachen die dir spaß machen genießen ist wichtig kochen ist auch eine form von meditation sagt immer nathalie borsi mit der ich zusammen den podcast rot und blond cooking out loud habe natur ist wichtig geh in die natur atemfrische luft bewegt dich sport sport trägt auch wieder dopamin an macht glücklich und wenn man glücklich ist hat man eine bessere ausstrahlung das war's für heute mit blanche alles und ich sage wie immer just be proud speaking out loud dort sehens